so da bin ich wieder bei ark the center musste ich mal kurz eine pause machen mein controller oder mein headset hat einen knall weg das muss ich noch mal testen ich höre so gut wie gar nichts mehr außer den ton nur über den fernseher und das ist schon ein bisschen schlecht das ist eine Schildi eine Schildi die nützt mir nicht so ein anderer hier irgendwo flugsautos sein also gehe ich nicht mehr hier hinten nochmal so ist ein dicker und vor dem Tisch mal ein bisschen Abstand halten ich wurde schon mal eingegriffen von so einem nichts ahnend ich habe mich einfach so angegriffen soo wo ist ein flugsautos sein mal kurz vor dem glück kommt jetzt gleich irgendwas böses im decke oder oder eine schildi Mensch wie lange ist denn da erschöpft hier Mensch wo sind die ganzen flugsauern ist eine in den süden geflogen oder ist nicht wo am himmel ist nichts zu sehen das ist nervig das ist nervig das ist nichts das ist nichts Fischi sind Wasser aber irgendwie sind keine flugsauern aber irgendwie sind keine flugsauern hat er ist komisch komisch aber wenn ich jetzt ja bei bei das letzte mal denke da waren so viele flugsauern die haben sich ja fast ja die schulgestohlen hier ist nichts hier ist nichts hm ich glaube die sind ausgestorben ich habe mal ein paar sonst was nackt ich 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 schaue die mal gucken wo das hier hingeht ok das saß anders gut man kann es zwar in eine höhle reinbauen aber wir haben ja gelernt die Viecher können ja auch Treppen steigen zumindestens die ganz gefährlichen diese dämische Tarotvogel oder so dort oben dort aber warum ist da so da oben und dann hier runter das stutt bin es da so und so weg vor allem ist das komplett die falsche Richtung und dann gerade ein bisschen nervig da hat man schon mal hier alles so weit hier dass es los gehen kann und dann fehlt so ein dämischer Vogel und dann große Flussfahrer wo ist eingeflogen es gibt da nie bloß ein Flugsauer hier das ist halt ne so mein Gott nochmal hier runter da schildi dort ist er shoppen dort ist er und jetzt wird es aber dunkel Alter kommt runter also wenn er so dumm ist wird ich das Ding nie werfen weil es ist eigentlich ein bisschen sinnlos weil das wird nicht denk ich mir mal ich hab das Teil erst einmal probiert ach komm schon komm runter ja ok los Parasau wusstet komm her komm schon ich will das aber jetzt nicht loslassen das ist ja doof komm schon na jetzt fliegt er weg ah jetzt fliegt er weg das Mist ein großer ist noch ne muss ich ein bisschen aufpassen dass er sich bedroht fühlt hier nicht angreift ah doof ich wollte eigentlich wie ist dieser Flugzeug das kommt jetzt her ja der kommt schon da fliegt er schon wieder weg oh das ist doch doof weg gehen ja ich hätte so gerne das mal probiert hier das da nicht war oder dieser dämliche Vogel sich wirklich da drüben hingesetzt das bringt mir aber wohl jetzt nicht zu drüber zu schwimmen weil im Wasser ich habe auch keine Tiere mehr ha 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 hast du dir so gedacht mein Freund ha 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 Es gibt hohen Fisch Woher Fisch Das ist nicht so komisch weil dieses komische Untertitel dann Ich hätte Tierhaut gebraucht Weil leider keine Tierhaut einstecken Weil ich eigentlich gedacht habe Dass ja der lustige Und zwar kommen wir das Licht weg Also da drüben ist auch einer Scheiß drauf Ich lauf nochmal hoch Holt Tierhaut Mach so eine scheiß Bohr da noch Ich töte diesen Dodo Oh Tut mir zwei Licht Oh Aber ich Ah Aber ich will ja in diesem Spiel auch mal weiterkommen Ich bin nicht immer bloß hier Als Nahrungsergänzungsmittel Dienen hier Was heute hier Wo wir haben So bei meinem Glück sitzen jetzt bestimmt hier Drei vier Tachofoge dort oben Oh da 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 kann ich diesen Platz mit Sicherheit aufgeben Ich hab ja alles Ich hab ja vorher gesehen Ich hab ja nicht gesagt Das wird alles Gut Gut drüben ist er ich hab das Ding ausgerichtet oh ne alter was ist denn das für eine scheiße der fliegt jetzt bestimmt weg nein ist er jetzt tot ne der ist nicht tot ich hoffe der frisst Fleisch was war denn das jetzt so überhaupt der hier war ich glaube nicht dass er Fleisch ist ich tue mal noch probieren dazu das ist bestimmt ein nicht Fleischwasser oh komm schon bleib ja da drüben ey was ist los also ich würde sagen der frisst Fleisch ich kann ja auch Fisch reinhauen oh hop 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 oh Fisch ich hab rohen Fisch rein gemacht der frisst doch keinen rohen Fisch der frisst doch nur Fleisch so trottel komm schon frisst 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 doch jetzt er frisst er frisst frisst wunderschön aber ich denke mal das wird zu spät gewesen sein ok ok ich habe ich habe es ich habe Oh, Shitty. So, naja, das ist alles zeitaufwendig, jetzt hier ziemlich, ich denke mir immer, das wird wohl nicht so effektivität, ist bei 76%, ich müsste das nochmal nachlesen, wie das überhaupt funktioniert, sag ich, wie viel ich für so einen Keradon bräuchte, um den zu zählen, weil es läuft zwar schön hier, aber ich denke mal, nee, dass das hier was wird, ah, Level 9, also, das ist schon, ich denke mal, wenn das Level 1 gewesen wäre, oder so, ich hätte schlecht eine Chance gehabt, Und jetzt läuft das in der Kurse mittelrunde Ja, ja, friss nur, friss nur. Das ist das Fleisch. Das ist das Fleisch. ich denke mir das wird wohl nix wärmen hier müssen wir das nächste mal einen anderen suchen das ist ein fleisch schmarrn so wird wo ist wie viel narkotisch sachen ich brauche Ich mach das ja nur zum ersten Mal hier so ein Flugsaurier Weil da kommt man eben halt schöner unter und schöner weg eben halt Und wenn ihr halt Flieh kennen auf dem ist dann eben halt nicht mehr so leichte Beute hier Wenn man da läuft und so das wird ja nicht definitiv nix Ich meine da müsste ja sonst wie die Post nochmal abgehen Aber geht ja nicht Komisch aber das mit dem Kontrolle das nervt Auf allen Dingen das ist der neue Das ist mies Nichts mehr wertes Zeug Dann stecken wir das mal aus Spät angefangen Der Hälfte ungefähr Schau heute schau heute schau heute Ich hätte gerne jetzt einen Flugsaurier gebraucht Da wird das gleich jetzt ja Die Fisch machen genau Gut lassen wir ihn fliegen Machen zurück nach Hause Und probieren das eben halt beim nächsten Mal noch einmal Sooo Jetzt muss ich erstmal kurz gucken Ich muss in die Richtung Ein leichtes Orientierungsproblem gerade gab es Sooo Aber wir wissen ja nur er frisst Fleisch 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 Und Ich denke mal wenn das ein niedriges Level gewesen wäre Bei Flugsaurier hätte ich ihn mit Sicherheit gekriegt So Da tue ich mich jetzt schonmal von euch verabschieden Dann hoffe doch mal dass wir uns das nächste Mal wiedersehen Und das dann nochmal probieren werden Ja Mit dem Flugsaurier eben halt Guti ich bin zu Hause Ich mache die Tür zu Dann danke fürs zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye Bye